Hallo! Herzlich Willkommen! Ich bin Katrin und wir lernen Deutsch. Heute lernen wir die Zahlen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn, zehn. Die Zahlen. Das hier, der Daumen, ist die Eins. Eins. Die Zwei, zwei, drei, drei, vier, vier, fünf, fünf, fünf. Fünf Finger. Sechs, sechs, sieben, sieben, acht, acht, neun, neun und zehn. Zehn. Noch einmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. So this time I'm going to point with my fingers a number. You are going to say the number out loud and then I'm going to say the number so you can check if you will write. Okay? Also, fangen wir an. Welche Zahl ist das? Was ist das? Vier. Und was ist das? Welche Zahl ist das? Die Eins. Die Eins. Genau. Was ist das? Die Sechs. Und das hier? Das hier? Das ist die Drei. Das hier ist die Neun. Neun. Fünf. 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 Zwei. Zwei. Genau. Diese Zahl. Was ist das? Die sieben. Okay, which one is left? I think I didn't do this one. Was ist das hier? Zehn. Und das hier, was ist das? Acht. Was ist das? Die drei, vier, acht, zehn, eins, fünf, sechs, neun. Okay, und noch einmal zum Abschluss. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und so zählt man auf Deutsch. That's how you count in German. Tschüss, es war schön mit dir. Bis zum nächsten Video.